Wird die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zum 1.7.2024 abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 27.10.2023 eine E-Mail-Anfrage reinbekommen. Und zwar geht es um folgendes. Ich habe Anspruch auf eine abschlagsfreie Altersrente. Rente beginnt zum 1.7.2024. Bleibt diese Regelung bis zum 1.7.2024 bestehen oder wird diese Rente bis dahin abgeschafft? Was ist geplant? Wie ist Ihre Einschätzung? Sonst hätte ich noch die Möglichkeit mit Abschlag sofort in Rente zu gehen und so weiter und so fort. Sehr geehrter Herr Knöppel, können Sie dazu mal was sagen? Meine Damen und Herren, um Sie alle zu beruhigen. Nein, mit Stand 27.10.2023, 28.10.2023 ist uns nicht bekannt, dass der Gesetzgeber hier mit der Mehrheit im Bundestag die Ampelregierung vorhat, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die Rente, die Sie im Volksmund unter dem Schlagwort Rente ab 63 mit 45 Jahren Wartezeit kennen, abschaffen wird. Also in dieser Legislaturperiode wird da überhaupt nichts passieren. Und selbst wenn ein solcher Gesetzgebungsvorgang in den Bundestag eingebracht werden würde, würde er keine Mehrheit finden. Denn nicht nur die SPD ist dagegen, die haben ja diese Rente sozusagen modifiziert zum 1.7.2014 praktisch verändert, sodass man damals noch mit 63 und dann ab dem Geburtsjahrgang 1953 dann mit zwei Monaten mehr diese Rente in Anspruch nehmen kann, wenn man zu Rentenbeginn 45 Jahre Wartezeit hat. Also SPD nicht, die Grünen auf keinen Fall, schätze ich so und die anderen Parteien im Bundestag, die Linke zum Beispiel auch nicht. Also die Mehrheiten wären eigentlich relativ klar, die FDP würde möglicherweise ihren Machterhalt nicht wegen dieser Rente auf das Spiel setzen. Also meine Damen und Herren, aktuell ist da nichts geplant. Aber ich kann Ihre Verunsicherung absolut verstehen, denn es wird ja sozusagen auf das Thema Rente eingedroschen, bis es nicht mehr geht. Das haben wir ja nun auch durch den Herrn Dülger zum Beispiel erfahren, der ja am liebsten die Rente mit 63 abschaffen würde. Aber auch andere Wirtschaftsökonomen wollen das auch. Das trägt zur unglaublichen Verunsicherung in der Bevölkerung bei. Aber nochmals, lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen, diese Altersrente, die es ja in der Urform schon zum 01.01.2012 gibt, wird nicht abgeschafft. Also zumindest nicht erkennbar mit Stand 28.10.2023. Also meine Damen und Herren, hier bitte nicht verrückt machen lassen. Ich kann nicht erkennen, dass diese Altersrente Ihnen weggenommen wird. Sie müssen bitte nur prüfen, lieber Anfragender, ob tatsächlich die 45 Jahre Wartezeit vorliegen. Bitte da eine aktuelle Rentenauskunft einfordern und mal dort reinschauen, ob die Wartezeit dort unter dem Stichwort Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren bestätigt wurde durch Ihre Rentenversicherung. Wenn das der Fall ist, können Sie entspannt nächstes Jahr die Rente in Anspruch nehmen. Aber bitte nicht vergessen, Rentenantrag stellen. Näheres zum Thema Altersrente für besonders langjährig Versicherte finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und denken Sie bitte immer daran, zum Rentenbeginn dieser Rente müssen die 45 Jahre vorliegen. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine reine Wartezeit. Ich wünsche Ihnen eine reine Wartezeit.